Der Klitschruhe liefert sich mit dem britischen Champion, das wohl längst im Lippe-Eleger ausgeschaltet hat. Aber er ist vom Team und er hat mich geklappt. Sie waren gekommen, um sich in die Augen zu schallen. Auf die Plätze kamen los und die Zeit läuft für das Läger-Wicke zwischen dem Tee und dem Klitschruhe. Keiner der beiden will wegschauen. Keiner will eine Schläche zeigen. Und so schauen und schauen sie eine Minute lang, zwei Minuten lang. Dann schreitet Haze-Trainer Alan Boosa ein. Schluss mit Gucken nach zwei Minuten und 45 Sekunden. Absolut rekordverdächtig. K.O. König für Annika Klitschruhe aber freut ganz einfach das Ziel an. Er will gegen den britischen Köln. Sie bin ich umfallen. Sie war der 50. Ergaufe. Und im zweiten Lippe ist Sandy Bileo und auch der verrückte Fäer. Und ich werde natürlich sehr, sehr fleißig vorbereiten. Doch David Haye wäre nicht David Haye, wenn solche Sprüche kommentiert lassen würde. Na, na, na. Ich werde Ihnen definitiv als noch für die Story begrenzt. Ja. 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 Ja.